Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Am 24. Spieltag sind die Schanzer zu Gast in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg. Erstmalig tatsächlich nach sechs Jahren, nach knapp sechs Jahren wieder. Und ja, wir freuen uns auf die Partie und freuen uns natürlich über die Fans, die uns dorthin begleiten mögen. Bis jetzt sind es rund 150, da dürfen also gerne noch ein paar mehr mitkommen. In diesem Sinne auch schon das Wort an unseren Trainer. Stefan, wie sind die Vorzeichen für die Begegnung und welches Personal steht zur Verfügung? Bitteschön. Ja, danke Olli. Servus zusammen erstmal von meiner Seite. Wir beginnen mit dem Personal. Es ist ja, oder euch ist ja auch bekannt, dass definitiv der Sonny nicht zur Verfügung steht mit seiner fünften gelben Karte. Hinzu kommt, dass Dario definitiv nicht im Kader stehen wird. Er hat sich das Nasenbein gebrochen, hatte jetzt einen kleineren Eingriff Mitte der Woche. Ist jetzt leider nach diesem Eingriff krank geworden und steht uns somit nicht zur Verfügung. Ja, die restlichen Spieler sind mit an Bord und wir haben ja morgen noch eine Einheit und dann werden wir uns morgen nach diesem Training entscheiden, welcher Kader dann mit nach Duisburg kommt. Sind wir gleich beim Thema MSV Duisburg. Ich glaube, es erwartet uns eine Mannschaft, die es über viele Spiele in dieser Saison geschafft hat, ihr Potenzial als Mannschaft abzurufen und dementsprechend erfolgreich zu spielen. Es ist eine sehr körperbetonte Mannschaft, eine sehr große Mannschaft, die ja wie in den Wochen zuvor halt auch immer wieder über schnelles Umschaltspiel kommt und über meistens viele lange Bälle haben da mit Taschi und Iliucenko natürlich zwei Zielspieler in der Spitze vorne, die immer wieder schnell gesucht werden. Ja, und da gilt es für uns einfach Präsenz zu zeigen, gerade in Bezug auf den zweiten Ball und wie gesagt, in eigenem Ballbesitz behutsam umzugehen und wenige Umschaltaktionen zuzulassen. Ja, und das ist der Plan für das Spiel. Das haben wir diese Woche angesprochen und haben es dann auch letztendlich trainiert und umgesetzt auf dem Platz. Ja, die Jungs waren wieder sehr engagiert und ja, wie gesagt, jetzt haben wir noch eine Einheit und dann fahren wir nach Duisburg und genießen das Spiel und sind natürlich jetzt schon auch irgendwo in der Bringschuld einfach Zählbares mitzunehmen und für unser Spiel dann letztendlich auch zu belohnen. Herr Stefan, ist das nicht schon ein vorentscheidendes Spiel um Platz drei? Duisburg ist einen Punkt vorne, wenn man diesmal verliert, dann ist man möglicherweise weg vom Aufstiegsrelegationsplatz, oder? Ja Roland, das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil das haben wir in den vergangenen Wochen auch immer gedacht. Aber es entwickelt sich ja als tatsächlich Geduldsspiel so um diesen dritten Platz. Ich habe das ja auch nach dem Spiel gegen St. Pauli schon gesagt. Jetzt immer darüber zu sprechen, ist glaube ich auch der falsche Ansatz um diesen Relegationsplatz. Das ist nach wie vor für uns möglich und es ist nach wie vor auch ein Traum diesen Platz dann noch zu ergattern. Aber wir müssen halt erstmal am Spieltag unsere Hausaufgaben machen, einfach Ergebnisse erzielen und von Spiel zu Spiel schauen. Aber für mich persönlich, ich bin da überzeugt, dass wir es schaffen können und so arbeiten wir auch. Es ist jetzt aber nicht so vordergründig, dass wir in die Kabine gehen und sagen, wenn wir morgen gewinnen, dann passiert das und das. Sondern es geht erstmal darum, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen und das heißt MSV Duisburg. Ein schweres Auswärtsspiel, das wir gewinnen wollen, um für uns persönlich wieder in die Erfolgsspur zu kommen und nicht um an eine Konsequenz eines eventuellen dritten Platzes zu denken. Ja gut, wir haben auch nach dem Spiel gegen St. Pauli schon gesagt, okay, diese Woche ganz klar erstmal kopffrei bekommen. Wir kommen Dienstag hierher mit ganz viel Elan und Motivation. Und dann geht es einfach darum, im Training meine Leistung zu bringen und zu zeigen, wer am Samstag spielen möchte. Und ja, die Jungs, habe ich auch schon erwähnt, sind sehr engagiert und sehr motiviert. Und letztendlich ist es auch für eine Chance natürlich für Spieler, die jetzt in der zweiten Reihe standen. Und ja, es ist Leistungssport, es ist Profisport und dementsprechend kriegen jetzt Jungs eine Möglichkeit, sich zu zeigen und im besten Fall nutzen sie die natürlich. Jetzt lief es ja die letzten Spiele offensiv nicht so gut. Wäre es eine Option, von Anfang an mit zwei Spitzen zu spielen? Es ist sicherlich eine Option, natürlich. Es ist natürlich schon eine Überlegung auch für uns immer. Wobei ich sagen muss, dass ich lieber eine Überzahl im Mittelfeld habe. Und ja, dass wir das eigentlich so gestalten wollen, da über das Mittelfeld eben kompakter zu stehen, mit drei zentralen Mittelfeldspielern zu spielen. Aber es ist auch eine Option natürlich, mit zwei Spitzen zu spielen. Wir haben ja auch gegen St. Pauli oder immer wieder in Situationen, wo wir dann umstellen auf zwei Spitzen. Sicherlich eine Option, die für uns jetzt auch im Spiel gegen Duisburg schon auch möglich wäre. Aber wie gesagt, wir haben jetzt nur eine Trainingseinheit und da wollen wir nochmal was ausprobieren und mal sehen, wie wir uns dann entscheiden. Oder wie vielleicht Entwいやуд청iertet wurde. Warneni, wird ja Espererstin gest mentioned! UIL, Hut Síu! Wir antwisions. Wir antwarn! Wir antwärangel! Im Namen Freunden! ooOUlaim? aquí développ Snake. Wir antwärangel ein dinosaur. Tanne warst. Wir antwärangel wurden. Vielen Dank.